Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde ForzAction, wir haben wieder den Steffen mit am Start. Das ist natürlich ein Garant für eine geile Runde, wir sind wieder in einem 4 gegen 4 unterwegs und ich will gar nicht lange quatschen, denn wir gehen direkt rein in die Action. Liken, Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mögt und ich würde sagen, let's go meine Freunde. Improved Vanilla, vor wie vor, was soll daran Improved sein? Das freut mich auch immer wieder, ohne Scheiß. Du hast so viele Maps, wo irgendwie steht Improved, Improved, die sind entweder genauso oder noch schlechter als die eh schon sind. Ja, die sollen mal dazuschreiben, was da wirklich dran verändert wird. Immer jetzt Improved, ey, ich geh auch morgen zur Arbeit und sag jetzt, ich bring jetzt der Improved, Luca, Alter. Und dann kommt einfach genau die gleiche Scheiß-Wieber zusammen. Ich glaub, die schmeißen dir was entgegen, ey. Die sagen so endlich, das war ja nochmal knapp mit der Kündigung. Du bist ja nochmal nach oben gekommen, du Schlinge. Der Chef nimmt so die Kündigung in die Hand und legt die so in die Ablage für nächste Woche, dann warten wir mal noch. Nein, der guckt mich nur so an, so ganz schön und legt einfach irgendwas zurück in die Ablage und dachte so, ach so. Ja, dann... Weißt du, gut zu hören. Improved Will of Unt Fortune würde Incent gespielt werden. Aber die Frage ist, was willst du Will of Unt Fortune noch weiter improve? Ja, ist ja perfekt, die Map, also eigentlich müsste die halt auch ins Rank, gibt's halt nur leider nicht im 1 gegen 1. Oh, jetzt hab ich was ausgesprochen, scheiße. Boah, das wär schon ziemlich Premium. Jetzt baut Asuka die im 1 gegen 1 nach. Ich wusste ja wirklich nicht, dass Samstar Birdies diese, die Map gemacht hat, ey. Bei dem nicht auch letztens über die... Mit dem haben wir doch auch diskutiert über 2 gegen 2 Rank, ne? Das ist auch Samstar Birdies. Boah, weiß gar nicht, wer das war. Ey, okay, okay, also von dem nehm ich nie wieder einen Tipp an. Der hat einige Ahnung. Wenn der die Map gemacht hat... Also der hat mehr Leiden verursacht, als ich will jetzt nichts sagen, weil das wahrscheinlich dann strafbar wäre, aber... Es gibt schon einige, die viel Leid verursacht haben, aber die nicht so schlimm sind wie... Will of Unt Fortune. Weil Will of Unt Fortune wird auch viel Unrecht getan. Manchmal. So schlimm ist das gar nicht. Aber meistens nicht. Birdies hat Wheelie gemacht, ja so rum. Will of Unt Fortune hat irgendwann mal Birdies erschaffen. Der ist doch einer der großen Bauchbahnwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffenwaffen. Ja, ja, genau, diesen, diesen, diesen Birdies Guns. Den hat der gemacht und der gleiche Mensch hat einfach wieder auf Antworten gemacht. Ey, dass ich das realisiert habe, ne? Ich habe damit in der Lobby gespielt. Und dann hat Asuka mit dem geschrieben und da habe ich erst gerafft, dass er in irgendeiner sein musste, irgendwas krasses wohl immer gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ach so, das ist ja von Birdies Guns. Dann habe ich durch Zufall noch nachgeguckt oder mal gesehen, dass der einfach nur auf Antworten gemacht hat. Also dieser wunderbare Mensch ist derjenige, bei dem wir uns alle bedanken können. Danke. Danke für den Schmerz. Ich muss ihn eigentlich mal besuchen. Ich weiß nicht, wo der wohnt. Oh, ich finde das raus. Also wenn es in Australien ist, dann wäre er halt bitter, aber... Aber warum dann? Das ist voll der geile Urlaub. Ja, Schnäppchen. Weil dann könnte man halt so... Aber du bist doch reich. Da könnte man so eine Doku drehen, ey, so quasi. Oh Gott. Wie bei diesen Massenmördern auf Spiegel TV. Du meinst, nein. Mit diesen Graustufen da, um diese Situation nachzustellen. Was ist denn hier los? Da ist schon eine Porlong drin. Wo kommt die her? Ich bin mich betrogen. Die wurde vom Spiel implementiert. Spiel gönnt. Ach, das ist glaube ich improved. Dass die Porlong da schon drin ist. Wo? Unten rechts? Ja. Da war glaube ich keine. Boah, da bin ich ja nicht erheblich dement. Wer war auch nichts Neues. Ja, aber vielleicht ist das auch das Supplement. Und ich habe es auch... Also vielleicht habe ich es auch übersehen und... Gezogen und es ist gar nichts passiert. Weil ich meine, wer baut dieselbe Map nochmal, nur um eine Strebe zu verbessern. Das wäre doch auch ein bisschen komisch. Das wäre ja nicht das komische, was ich hier in Port gesehen habe. Ja, da hast du auch wieder recht. Da müssen wir da, da müssen wir bär bleiben. Ja, das stimmt. Leider. Ich habe schon schlimme Sachen gesehen. Leider. Ne, leider. Und die Leider ist auch eine gute Freundin von mir. Das stimmt. Bei mir ist aber nur eins von beiden vorhanden. Dann kannst du dir jetzt ausrufen, weil das ist. Wahnsinn. Was ist denn jetzt hier mit dem Stream los? Wir klicken, um Player neu zu laden. Was ist da denn los? Oh, bitter. Keine Ahnung. Ja, Bitrate stagniert. Äh, gestern war Twitch da. Wieso? Oder vorgestern? Ne, vorgestern. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war einfach, einfach so. Einfach so? Junge, ich hasse das. Weg damit. Also, wenn die mich im Stream noch hören, ist ja alles gut. Oh, ich fass ja nicht. Das ist ein Schuss, ich kotze. Sollen sie es mal bitte schreiben. Mann, der wäre weg gewesen, nicht kotze im Schrahl, ey. Warum triffst du denn nicht? Hat sich der Stream von Luca verabschiedet? Hä? Also, bei mir steht auf jeden Fall Player neu laden. Nachdem er einen Wheelie auf dem Fahrrad geschafft hat. Ey, einen Wheelie auf dem Fahrrad habe ich wirklich noch nie geschafft. Ich weiß auch nicht, ich bin doch irgendwie, irgendwie, irgendwie nicht gemacht, ey. Hast du die Viererströme jetzt von den Klaren gezogen? Ey, das kann gut sein. Wie gesagt, ich kann auch sagen, dass ich richtig dement bin, oder so. Ey, kann sein, dass bei dir Leute rausgeflogen sind, oder bei mir auch Leute rausgeflogen sind? Stimmt, ja, kann sein. Bei mir wird ein Netzwerk vieler angezeigt, also. Junge, der eine Mate, der covert den anderen sogar. Was ist denn, was ist denn hier los? Die machen einfach Next Level Teamplay hier. Dürfen die gar nicht. Twitch spinnt, ja, okay. Alles klar, Twitch ist mal wieder Twitch. Hauptsache, ihr könnt irgendwo den Stream schauen. Ich habe gerade auch so entspannte 20 Zuschauer verloren. Und bei Luca wahrscheinlich auch. Ist öfter mal, ja. Ja, aber das liegt halt wirklich dann an Twitch. Also meinen Player kann ich auch selber nicht neu laden, aber die sehen anscheinend den Stream. Das ist schon komisch. Ja. Ganze machen nix, ey. Ich habe das Gefühl, dass die auch Adler-Aubi sind. Wie genau äh, determinierst du dieses Gefühl? ich fühle mich gut das war nicht die frage aber ich habe ja ein problem knapp ein tier machen was du da rein und dann habe ich schon so du bist gar nicht oben wenn der einzige der kürzen dann mach mal welche erstmal rausnehmen alter knappe sache gar nicht erschrocken auch gleich noch mal eben aufladen dauernd nicht dass nichts passiert doch bis ein bisschen kernstand an der bekommen wir haben unsere mates kassieren dann habe ich auch einen netzwerkfehler oh und kürches fjord symbol ist weg hallo jetzt geht es soweit fitch ruf einer betwitch an das geht so nicht DJ ich habe auch netzwerkfehler grüß hier erstmal ja krass das ist natürlich eh klar so sind sie nicht mehr dasselbe wie früher so sind sie halt die zuverlässiger streamingpartner von nebenan ok das waren wir wirklich noch nie ja wir sind sie jetzt halt auch nicht das stimmt die sind dann noch weiter davon entfernt als eh schon wie machen wir das denn jetzt hier besten da war jemand irgendwie ein hochwitzer geschossen aber das geht sogar geht doch nicht aber ich habe mal erst nicht tot ganz vergessen was die adler auge aktive ist eben so die plästen die ganze zeit in die sachen ist sie sagt wirken die doch gar nicht was plästchen die denn hier so basshaus und so ein scheiß lauter wie ein schwein aber da musst du durch naja ja schönes ding ok ok aber der eine ist halt riesig guck dir diese basis an alter haben die viel warum hat denn der da oben so viel nehmt den mal die gunner alter ich versämmel einfach jeden schuss oh ja boah junge hast du ihn geholt ja klar lol geht der sich ein snicken lassen äh double cannon ich habe einfach das loch getroffen was da gemacht wurde ist schnell oder das ist auch schon klaus die 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 fliegen alle raus aus der switch ja immer mehr immer mehr er jetzt kann hofer geschossen werden ich bin das ich habe den leider nicht ich habe einen aber der kommt nicht so hoch oh oh mein gott ja gg alter der wurde ja richtig heuchel jetzt habe ich die kills nicht mal gesehen guck mal hier hier ist der letzte kill rum wird die tür weg geschossen und dann sagt das ganze mal unten da keine civility drin ist der hier wurde von doppel cannon geholt da ist er schon tot moment jetzt muss es gleich kommen eins zwei drei dann ist er weg auch das ist